Ja, meine Damen und Herren, ich habe tatsächlich im zarten Alter von 67 entschieden, dass ich nach 40 Jahren Wirtschaftstätigkeit doch noch mal was anderes mache, was Richtiges. Und bin politisches Start-up geworden und bin jetzt sozusagen einer der wenigen Quereinsteiger im Deutschen Bundestag, der die Management-Etagen, ein Stück der globalen Wirtschaft tatsächlich erlebt und gestaltet hat. Und deswegen habe ich mir auch erlaubt, mal zu sagen, ein alter Löwe. Sie wissen ja, das sind die Tiere, die im Sonnenschein auf dem Felsen liegen, wo es noch sehr warm ist und ab und zu mit der Tatze ausholen. Ja, also Reflexionen eines alten Löwen zum Lernen. Liebe Promovierte, da sind einige Themen dabei, die mich sehr beschäftigen, gerade wenn ich in die Wirtschaft der Bundesrepublik hineinschaue. Da sind einige Themen dabei, die mich sehr beschäftigen, wenn ich in die Konzernwelten hineingucke. Und da sind einige Themen dabei, die mich sehr beschäftigen, wenn ich über junge Menschen nachdenke, die sozusagen jetzt wo immer, sei es in eine Wissenschaftskarriere, sei es in eine Wirtschaftskarriere einsteigen. Ich bin dafür bekannt, dass ich relativ scharf formuliere. Das werde ich hier auch nicht aufgeben, denn wenn man dann die Eckpunkte hat, dann können die Grautöne immer noch besser rauskommen. Ja, ich möchte eigentlich vier Themen ansprechen. Das Maschinenmodell dominiert und normiert Deutschlands und damit auch eine nationale Lernaufgabe formulieren. Ich möchte ein zweites Thema ansprechen, das genau für junge Menschen wichtig ist. Cloning ist eine große Gefahr für Talente. Schmitt sucht Schmittchen. Konsequenz zu sein im eigenen Verhalten und Lebensweg ist oft konfliktär. Man eckt auch an. Und Unternehmen brauchen für ihre Zukunft eine neue Art des Lernens. Ja, lassen Sie mich in den ersten Bereich reingehen. Ich habe vor vielen Jahren dieses Bild gemalt und habe gesagt, Deutschland kommt zunehmend in den Sandwich zwischen dem Maschinenhaus China und dem digitalen Haus der USA. Heute muss man sagen, zwischen dem digitalen Haus der USA, das auf hohem Niveau reindustrialisiert und zwischen dem Maschinenhaus China, das inzwischen eine Digitalnation geworden ist, mit fast 30 Prozent Brutto-Wertschöpfung in der Welt an der Digitalökonomie. Und das ist natürlich sozusagen, wenn man darüber nachdenkt, wie transformiert sich Deutschland, ist das eine große Frage. Wie komme ich aus so einem Sandwich raus? Und ich hielt vor kurzem an der Universität Paderborn auch bei einer Graduierungsfeier einen Vortrag mit dem Titel Warum hat Deutschland so viele Automobilunternehmen und nur eine SAP? Jetzt habe ich nichts gegen viele Automobilunternehmen. Ich würde mir nur wünschen, wir hätten genauso viele große Internetgiganten. Denn natürlich, ein Land, das sehr einbeinig im Maschinen, Anlagen und Autobau zu Hause ist, hat kein Spielbein mehr für die Zukunftsökonomien. Und das ist unter anderem die digitale Ökonomie, das ist aber auch die Biotechnologie. Und Deutschland ist, glaube ich, und historisch außerordentlich erfolgreich. Aber Clayton Christensen hat ja in seinem Management-Klassiker The Innovator's Dilemma wunderschön gesagt, dass Erfolg die Mutter des Misserfolges ist. Natürlich ist Deutschland außerordentlich stark im Maschinenmodell. Ich subsumiere jetzt dann das Auto auch unter die Maschine. Und Maschinen, da geht es um mehr, schneller, höher, weiter. Da geht es um Effizienz und nicht um Innovation. Da geht es um Ökonomismus, da geht es nicht um den Blick über die Maschine hinaus. Und es geht um den Ingenieur-Mythos und häufig führt das in Innovationsstarre und in Lernblockaden. Konrad Jev, ein russischer Ökonome, der später unter Stalin ermordet wurde, im letzten Jahrhundert, hat von den großen Wellen gesprochen, die dann später Schumpeter übersetzt hat, sozusagen in die Phasen, wo im Grunde alte Industrien zertrümmert und neue geschaffen werden. Er hat Unterschieden zwischen Kraft, Transport, Energie, Mobilität, Information. Und jetzt Neffidorf ergänzt das um das Thema der Vernetzung. Und natürlich profitiert Deutschland heute noch von den Friedrich Bayers, Werner von Siemens, Fritz Henkel, Karl Benz, Gottlieb Daimler. Oder man könnte ein Stück sarkastisch sagen, wir ruhen immer noch auf den Technologien aus der Kaiserzeit. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Natürlich, wir hatten hier in Bayern den Ludwig Bölko. Wir hatten Grundig. Aber wir haben auch eine SAP. Aber das sind im Grunde fast Spurenelemente des fünften und sechsten Kontratjev. Und deswegen stehen natürlich viele Unternehmen vor einer großen Herausforderung, nämlich vor fundamentalen Fragen ihrer Transformation. Sei es, dass sie sich für Neues mobilisieren, sei es, dass sie sich evolutionär lernen, sei es, dass sie im Überlebenskampf stehen oder ein radikaler Kurswechsel ansteht. Und wenn Sie sich mal die DAX 30 angucken, dann ist ein Drittel dieser DAX 30 Unternehmen in radikaler Transformation. Die Energiebranche hat schon zweimal an der Börse ihren Exitus durchspielen müssen. Die deutsche Bankenbranche ist ein Schatten ihrer selber. Bayer hat sich durch eine sehr schwierige Akquisitionspolitik in eine ganz schwierige Situation gebracht. Das ist eigentlich das Börsengewicht Deutschlands. Und die vier Automobilhersteller stehen, sie waren früher Führende, sie stehen heute eher als Gejagte da. Und das ist natürlich nicht nur ein Thema der Großen, der DAX 30, sondern das ist natürlich auch ein Thema des Mittelstands. Und gerade Deutschland mit seiner mittelständischen Wirtschaft, häufig im ländlichen Raum, geplagt von Fachkräften, von Expertenmangel auf der einen Seite, aber auch von Generationswechsel auf der anderen Seite und vor der Herausforderung auch digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, lässt deutlich Schwächen erkennen. Das Maschinenmodell Deutschland dominiert und das ist eine große nationale Lernaufgabe. Natürlich hat auch die USA seine General Motors und seine Stahlwerke und seine Ford, aber es hat ein zweites Bein, eine digitale Ökonomie als Spielbein. Neben der klassischen industriellen Basis der großen Automobilhersteller und der Stahlindustrie. Und natürlich, und da kommt eine schwierige Erkenntnis her, so eine Monokultur in der Wirtschaft führt häufig auch zu sehr Normierung in der Frage, wie arbeiten wir eigentlich. Meine Damen und Herren, die Welt ist heute nicht nur eine Welt der Pyramiden und der steilen Aufstiege und der Epauletten auf den Schulterklappen und der Größe der Auspuffe der Dienstwagen. Wir haben heute ganz viele Unternehmen, innovative Unternehmen, die viel flacher sind, hierarchiearm, horizontal. Aber natürlich, die alte Industriekultur ist eine sehr hierarchische und sie geht auf Effizienz, on the long tail und sie geht nicht im Kern auf das Thema Innovation. Und Innovation braucht eine andere Form der Arbeitskultur. Sie braucht mehr Varietät, Diversität, soziale Innovation. Und natürlich haben wir in Deutschland, in unserer erfolgreichen Maschinen-Nation, wir tun uns schwer mit entdinglichten Dingen. Denn Software kann man halt nicht anpacken. Sondern Software ist entdinglicht. Während der deutsche Ingenieur, der liebt das Ding. Kloning ist eine große Gefahr für Talente. Denn natürlich, alte Industriekulturen mit ihren normierten Laufbahnwegen sind häufig außerordentlich normierend. Deswegen tun wir uns ja so ein Stückchen schwer mit Vielfalt statt mit Einfalt. Ich habe nie verstanden, warum beispielsweise die Geisteswissenschaften nicht deutlich stärker Einklang gefunden haben in die Arbeitswelt. Die Betriebswirte ja, aber die Philosophen, die Soziologen, die haben in der Wirtschaft nichts zu suchen. Also eine sehr Ingenieur- und Ökonomen getriebene Welt. Und wenn Sie sich anschauen, ja, das ist so ein böses Bild, weil es die Köpfe widerspiegelt, die menschlichen wie die Salatköpfe. Aber wenn Sie sich anschauen, eine Roland-Berger-Untersuchung aus dem Jahre 2014 von 183 DAX-Vorständen, wie ich einer fast, ja, zehn Jahre einer war, haben nur fünf einen Bruch in ihrem Lebenslauf und nur acht haben einmal eine unternehmerische Initiative gestaltet. Und das sind die Männer, überwiegend Männer, die deutsche Firmen transformieren sollen. Und wenn Sie dann reinschauen, wie oft der Branchenwechsel da ist, ob es da Karriereunterbrechungen gab, ob auch viel Varietät da war im Kennenlernen unterschiedlichster Branchen, denn die digitale Welt macht ja die Branchengrenzen fast obsolet. dann finden Sie das nicht. Die Welt des Managements in der Industriegesellschaft ist so monoton wie das Abarbeiten am Fließband. Und das führt natürlich dazu, dass Querdenken und ein bisschen Schrägsein, dass das nicht so gut gesehen wird. Ich möchte mit Ihnen ein sehr persönliches Erlebnis teilen aus dem Jahre 1986. Ich hatte meine Führungskräfte, ich war damals Personalentwicklungschef bei der MTU in Karlsfeld bei München und wir hatten immer Abendgespräche und wir hatten immer Abendgespräche mit Vorständen. Und Professor Dinger, der damalige Vorstandschef, kam und er war alkoholisiert. Und er sagte, ich habe noch meinen Kund ausgeführt. Und dann sprach er anderthalb Stunden im Führungskräftedialog über seinen Hund. Und ich saß da, Mitte 30, ehrerbietig auf der einen Seite und auf der anderen Seite sah ich die Blicke meiner Kolleginnen und Kollegen, die sagten, Zattelberger, du musst was tun. Wir wollen über die Unternehmensführung und über die Strategie sprechen. Und dann sagte ich, Herr Professor Dinger, was lernt man für die Menschenführung aus dem Umgang mit Hunden? Sozusagen die höflichere Variante für, darf ich Sie bitten, zum Thema zu kommen. Dinger, sechs Monate später, mit glasigen Augen, Herr Sattelberger, ich storniere Ihre Ernennung zum Hauptabteilungsleiter, wer so unbotmäßige Fragen stellt, gehört nicht zu unseren leitenden Führungskräften. Meine Damen und Herren, das ist ein sehr drastisches Erlebnis, aber ich kann Ihnen aus vielen Jahrzehnten der Talentarbeit in Unternehmen sagen, so drastisch ist es wirklich ganz selten. Aber natürlich die Anpassungsprozesse, wo aus dem Menschen eine Rolle wird, wo aus der Persönlichkeit ein Funktionsträger wird, die sind außerordentlich hoch. Und die interessante Frage ist, ob das, was vielleicht für das Zeitalter der Industriegesellschaft tauglich war, ob das tauglich ist für die digitale Ökonomie. Ich möchte also, liebe Promovierte, ich möchte Sie durchaus auffordern, auch zu konfliktärem durchstehen von Konsequenz in eigenem Verhalten. In meinem beruflichen Weg und als 70-Jähriger darf ich ja ein Stück Rückblick nehmen, da gab es nicht nur die Degradierung für unbotmäßige Frage. Da gab es 1994, als Jürgen E. Schrempf die Daimler-Benz Aerospace in München-Otto Brunn führte und mit dem Erwerb von Fokker das erste Milliardengrab schaufelte für den Daimler-Konzern, später mit der Fusion mit Kreisler das zweite, da habe ich ihm gekündigt. Nicht der Firma Daimler-Benz, sondern der Führungsperson Schrempf. Und auch das ist wichtig im beruflichen Wege, denn natürlich, es ist ja nicht die schöne Marke, sondern es ist die erlebte Führung in einem Unternehmen, die dazu führt, ob man bleibt oder geht und die dazu führt, ob man sich wohlfühlt oder nicht wohlfühlt. Ich musste allerdings auch noch in sehr betagten Jahren, ich war damals knapp 60, ich war Personalchef bei der Conti und ich hatte einen Vorstandsvorsitzenden, wir hatten einen Standort geschlossen, ganz schwierige Verhandlungen, Hannover Stöcken, Stammwerk der Firma Continental AG, der mir immer wieder in meine Verhandlungen mit der Gewerkschaft reinfuhr, die ich ja wirklich zu einem sozialen und sozialverträglichen Ende führen wollte. Und ich immer noch mit 60 sehr respektvoll vor dem Vorstandsvorsitzenden, irgendwann ist mir der schwäbische Hals zu dick geworden und ich sagte ihm, lieber Herr Wennermer, suchen Sie sich einen anderen Clown und ich suche mir eine andere Firma. Meine Damen und Herren, es sind nicht sehr viele existenzielle Konflikte, die man in einem Berufsleben hat, aber so drei, vier, fünf sind es schon. Und an diesen Konflikten zeigt man auch, ob man sozusagen bricht oder mit seiner eigenen Identität durchgeht. Ich möchte natürlich aber auch, gerade weil ich zu meiner großen Freude sehe, dass viele Frauen und der Gruppe der Promovierten sind. Ich möchte allerdings aber auch über einige gläserne Decken in der Karriere sprechen. Natürlich tun sich die etablierten Organisationen schwer mit Andersartigkeit. Es gibt übrigens kaum noch beruflich Qualifizierte im oberen Management von Organisationen. Sozial- und Geisteswissenschaften sind nicht so anerkannt. Weicheier auch nicht. Also die nicht hart auf den Tisch schlagen können. Querdenker, die Themen in Frage stellen. Unangepasste, Stillose, wie ich damals war, und kritisch Hinterfragende. Aber natürlich gibt es noch ein zweites Phänomen. Die Dominanz von Jungmännerkarrieren. Und das ist ein Thema, da müssen wir alle helfen, dass wir das aufbrechen. Ein junger Mann, also lang vor einer Familiengründung, bekommt nach 3,7 Jahren die erste Epaulette. Die Frau nach 5,1 Jahren. Und das trotz tollen Abschlüssen der Frauen. Und da reden wir gar nicht über eine Doppelrolle durch die familiäre Belastung. Sondern wir reden immer noch über die Stereotypen, die da sind. Übrigens nicht nur in der Wirtschaft, sondern ich adressiere das Thema sehr intensiv gerade für die Max-Planck's dieser Welt, für die Fraunhofer's, Helmholtz, etc. Und natürlich gibt es noch ein drittes Phänomen, das es sehr schwer macht. Der Führungsmythos von bedingungsloser Verfügbarkeit. Der im Grunde das ganze Thema Work-Life-Balance in bestimmten wichtigen Lebensphasen sehr, sehr schwer macht. Und da ist ein weiterer Punkt da, wo ich Sie wirklich sensibilisieren möchte. Und da spreche ich auch sehr stark die, die hier im Raum sitzen, an. Wir müssen schauen, dass unsere Organisationen, egal ob in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft oder in der Verwaltung, dass die für Lebensfragen offener werden. Und der Habitus der Macht. Seit dem Soziologen Bourdieu wissen wir, dass es nicht nur um die Fachkompetenz geht ganz oben, sondern um die Frage, kann sich jemand auf der Chefetage bewegen? Ich musste noch 1994, als ich zur Lufthansa kam, einen Messer- und Gabeltest bestehen. Und noch heute gibt es Personalchefs, die schauen, wie die Schuhe geputzt sind. Das sind im Grunde Habitusfragen. Ja, ich sehe, die vordere Reihe guckt ganz... Ja, das ist Habitus. Also im Grunde nicht Meritokratie, nicht Leistung, nicht Können, nicht Fähigkeiten, nicht Kompetenzen, sondern Auftritt. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht eine Welt des Auftritts werden, ganz oben, sondern eine Welt der Substanz bleiben. Insofern, aber das wissen Sie schon bestens genug, zum Teil kommen Sie ja auch aus der Wirtschaft, müssen Sie intensiv gucken. Und wenn ich hier über Unternehmen spreche, spreche ich genauso über Wissenschaftsorganisationen. Wo ist der strahlende Prinz, die verborgene Schönheit, das hässliche Entlein? Und wenn man sich irrt, schnell die Entscheidung repitieren. Das, glaube ich, ist das Schöne heute. Lebensläufe, die am Anfang Varietät aufweisen, werden nicht mehr so abgelehnt, wie noch vor zehn Jahren. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Unternehmen brauchen für ihre Zukunft ein neues Lernen. Ich habe mich mal zu dem Spruch bekannt, die besten Unternehmen sind Talentbiotope. Natürlich haben Sie noch relativ viele klassische Unternehmen, übrigens auch Wissenschaftsorganisationen, wo man wie in der Talenteiszeit absitzt, bis was frei wird. und natürlich gibt es Organisationen, wie die in der Mitte, die im Grunde sagen, wir machen Kadertressur. Aber die modernen Unternehmen, die begreifen im Grunde Talent als etwas, was in einem Biotop agieren kann. Und sie organisieren sich häufig um den Menschen herum und passen den Mensch nicht in die Positionsbeschreibung rein. Die schlechten Unternehmen haben häufig eine Deckelchen aufs Töpfchen Philosophie. Lassen Sie mich noch ein paar Worte sagen zum Thema der Bildungskulturen. Bildungskulturen spiegeln Wirtschaftskulturen. Und natürlich die Kultur des Frühkapitalismus hat er auf der anderen Seite trotz von Humboldt die Kultur des Bildungsfeudalismus, weil das Bildungsideal des Humboldtsche das galt halt nicht für das Arbeiterkind. Und natürlich die Kultur der Maschine, des Managements und der Effizienz, da geht es darum, Fehler zu beseitigen und Defizite zu bewältigen. Aber natürlich viele Hochschulen haben Beispiel Bologna umgesetzt wie die Veränderung der Postleitzahlen. Relativ technisch effizienzgetrieben. Aber die Bildung der Zukunft hat mit einer Kultur der Software zu tun, des Netzwerks und der Kreativität. Also mit dem Thema der Potenzialentfaltung. Und natürlich gibt es in allen Bildungsdebatten die Debatte Elite versus soziale Durchlässigkeit. Und da hat natürlich Deutschland nach wie vor im hochschulischen Bereich ein signifikantes Problem. Weil natürlich Kinder aus der Arbeiterschicht nur ein Siebtel der Wahrscheinlichkeit haben, auf die Hochschule zu kommen, wie Kinder aus dem Bildungsbürgertum. Und das hat sich kaum verändert in den letzten 30, 40 Jahren. Die zweite große Debatte Effizienz versus Humanismus. Mehr schneller, höher, weiter. Input-Output-Relationen, Planbarkeit, Humankapital-Theorie. Es gab zwei Nobelpreisträger für dieses Thema. Aber es ist im Grunde die Frage Bildung als Output getrieben. Und die dritte Debatte, und die möchte ich schon noch mal anregen, ist die ganze Frage Kreation versus Industrialisierung. Persönlich bin ich der festen Überzeugung, dass die digitale Ökonomie eine andere Form von Bildung erfordert, die sehr viel stärker das Thema Fantasie, Kreativität und informelle Bildung ermöglicht und eine Experimentierkultur zulässt. Wer von Ihnen kennt den Filmclub der toten Dichter? Da gab es das alte Internat, das war die Drill-Institution für Rechnen, Schreiben, Lesen und soziale Fertigkeiten. Und dann gab es den Club der toten Dichter von interessierten Schülern, es war ein Knabeninternat, die sich mit der Literatur der Weltgeschichte befasst haben. Und natürlich, wenn wir über Bildungskulturen der Zukunft sprechen, müssen wir überlegen, wenn es schon nicht gelingt, die gesamte Institution zu reformieren, ob wir zumindest Clubs der toten Dichter daran andocken können. Das waren früher die Universitätsbibliotheken, in Wien die Kaffeehäuser, sind heute die Coworking Spaces, waren noch vor zehn Jahren die Internetcafés, sind heute die Makerspaces, die Unternehmergaragen etc. Und in diesen Clubs der toten Dichter gibt es einen Bruch mit traditionellem sozialen Status, neue soziale Normen und eine neue soziale Ordnung wird geschaffen, gleiche Chancen der Entfaltung, Vielfalt als Designprinzip, soziale Anerkennung im Team durch Beiträge, Führung als Coaching. Meine Damen und Herren, ich komme damit zum Ende. Ich wollte Ihnen ein paar Reflexionen eines alten Löwen geben zum Thema Lernen. Auf der einen Seite, wie das Land lernen muss, aus einer Kultur der Maschine auch zu einer Kultur der Software zu kommen, wie Organisationen lernen müssen, aus Effizienzmaschinen sozusagen auch Kreativwerkstätten zu schaffen, wie junge Menschen aufpassen müssen, dass sie in den alten Organisationen nicht geklont werden und last not least, wie der Club der Toten Dichter ein Stück Beispiel geben kann, wie Bildung der Zukunft aussehen kann. Recht Herzlichen Dank. Applaus Dichter Dichter Dichter